ah ja meinst du noch 30 sekunden ich gehe ja kurz wieder aus dem game raus dafür habe ich trainiert ach du mal da hat das gerade einer gesehen ich habe den ganz lieb durch den 2 Omen ist langsamer. Aber was würde passieren, wenn wir jemanden von 100% der Cerebral Kapazität unlockt? 100%? Ja. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten! Der Brimson hat aber minus 21. Das ist natürlich sehr low. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Oh man. Ladung raus! Was machst du? Das versteht ihr nicht. Da ist die Strip. Bin ich in der Strip? Alter. Das hält mich nicht auf. Ich habe in 40 Sekunden hier... I'm lag. Ich habe hier nichts mehr zu trinken. Ich komme schon mal zu dir rüber, ne? Moment, wir haben wieder was. Ich bin einfach ausgeslampt. Moin Alter! Oh baby! Shroud 1v3! 2 Sekunden. 3-Shot 10 AP. Da war er! 2-Shot 10 AP. 2-Shot 10 AP. 4-Shot 10 AP. 1-Shot 10 AP. 1-Shot 10 AP. 3-Shot 10 AP. Ich kann auch sehen. Du wusst jetzt. Du wusstest verlangt sein. Das ist ein dunkler Decker, der 30 Jahre alt ist. Ein dunkler? Ein dunkler. Oh, Max! Deswegen ehrt Max meine Diegel. Oh Gott, Max, das ist hier los. Der Image, die Dark Decker, Alter. Interessant. Max, deine absolute Sheriff Legende.